Hallo und herzlich willkommen zu Last by War Thunder, euer Remco, Remco LP und wie ihr seht, wir haben einen neuen Panzer, ja ja, den Crusader MK2, hab ich doch glatt den Namen von dem Baby hier vergessen. So, wir fahren gleich realistische Schlachten, paar mal bin ich schon mit ihm gefahren, aber nur in Arkadisch Schlachten und er kann sehr schnell schießen, also das werden wir verschößt wahrscheinlich gleich sehen, hoffentlich, wo ich das nur wieder leere Versprechen sind und ich bin hier gleich weggemützt. Oh, ich hab mir so gedacht, fangen wir mal eine neue Panzerkategorie an, was heißt neue Panzerkategorie? Neue Nation, eine neue Nation, hallo, Nation, nicht Kategorie und hab mir so gesagt, nimmst du mal die Briten, die Briten in Briten, aus der Karte sehen wir schon, oh, 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 oh nein, kaputt gefallen, auf der Karte sehen wir auch schon, was ist los, geht's so, die 3-Inch Gun Carrier, den schicken wir mal vor, weil der ist ein bisschen dicker gepanzert als wir, wir sind nur so ein kleiner, also war eigentlich so ein kleiner Aufklärungspanzer, ah, nicht wirklich, wir sind schon so, ah, so, 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 das Zwischending zwischen ein Angriffspanzer und auch Aufklärungspanzer, ne, wir sind so mit so einem mittlerer Panzer, würde ich mal sagen. Mark 4 Chromeville, ach ne, Mark 5, 6, 7, 8, Mark 8 Was ist da denn los? So, wir haben 60 Schuss mit Und wir werden auch gleich sehen, warum Da musste ich grad echt überlegen, ob das ein Gegner ist oder doch nicht Hey, das ist meine Hier kommt schon wieder nix um die Ecke geschissen Was ist denn hier los? Oh, 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 oh schießen. So, brenn ab da, du Drecksack! Oh nein, der Kommandant! Oh nein, der Kommandant! Uns mangelt es eigentlich nicht an Durchschlagskraft. Laden wir mal die andere Muni. Neeeeee! Alter, wie viel hält der aus? Wuuuuh, schnell weg! Niiiice! Chromebird! Help me if you can! Wuuuuh, holy fucking moly shit, Alter! Hohoho, das war ja richtig knapp, ey, oder wat? Oh, was ist denn jetzt von hinten, oder wat? Na, von da, na, super! Aber wir haben uns recht lange gehalten bei dem Chromebird, also da kann man nix sagen zu, ne? Habt gesehen, Alter, wie stark gepanzert die Deutschen waren, das ist ja der Wahnsinn, oder wat? Sind wir gar nicht durchgekommen da! Hm, ich nehm wieder ihn hier! Ah, komm! Wir nehmen das Schätzlein und dann geht's los hier! Oh, nee, ach, jetzt hab ich 78 Schuss mitgenommen, das ist natürlich sehr gut! Das heißt, wir brennen gleich, äh, wie die Waldfee! Ah, geil! Wie das denn passiert, ist etwa ausgebrannt, oder wat? Also, jetzt, wir müssen sehr nah ran, um die Deutschen zu durchschlagen, die in ihren Panzerungen! Hey, was ist hier los? Habt ihr gesehen? Also, das war echt... Wie viel Schuss schon hier alleine auf den einen F1 gegeben, aber auf die Frontpanzerung? Das ist ja Wahnsinn! Und lauter kritische Treffer, wenn man so will, ne? Stuck! Sturmgeschütz! Fuck, wir sind nicht schnell genug! Wow! Hilfe! Und dann war klar, dass wir jetzt von hinten uns kommen! Oh! Du bist ja richtig cool, Junge! Richtig cool bist du! Einfach nur schlecht! Ach man, ne? Wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch einen, ne? Abgesehen, es ist nicht ganz unmöglich. Deutsche zu durchschlagen. Gut getroffen. Und dann ist das Ding schon fast so gut wie durch für die. So, ab geht er hier. Los, Leute, los, los. Los, immer vorwärts. Das schaffen wir noch. Oh. Das ist schon wieder. Oh. Fucking hell, ich wollte gerade noch raus schießen. Oh. Oh. Mann, ey. Hätte ich da getroffen, Leute, ne? Da wäre das Feiern für ihn gewesen. So, jetzt haben wir gar nichts mehr. Oh, doch, einen haben wir noch. Wäre super, die Flak, oder was? Was soll ich denn damit machen, ey? Egal, wir gehen trotzdem rein. Und er hat er jetzt, haben wir die Glücksgefühle, oder was? Dann ist, meint er, er ist der größte Panzerkommandant, oh. Oh, warte, Freundchen. Dann siehst du, Abschlusshilfe. Wow. Hey, hey, hey. Super, jetzt fahren wir hier mit dem MG rum und hoffen, ja. Wow. Wow, 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 wow. Wuuuuh. Nice. Da hat doch gerade eine, oder was? Wuhu. Da ist gerade eine langgefahren. Oh, schnell Rückkehrsgang. Oh, Mama. Oh, Mama. Nein, der Baum. Wahnsinn. Aber seht ihr, wir haben ihn noch richtig schön getroffen, ne? Also. Das war schon ganz schön schlecht für ihn eigentlich, so gesehen, mit seinem Panzer, den er hatte. Oh, er ist auch kaputt. Oh, nee, doch nicht. Schade. Naja. Was willst du machen, ne? Achso, wir waren der Letzte. Das ist auch nicht schlecht. Echt der Letzte? Nee. Guck mal hier. Aber die müssten ja auch nicht mehr viel haben, ne? Oh, doch. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Wow, da hat er aber Glück gehabt. Ach, den denn da? Ist der doof? Ja, gleich kriegst du eine von hinten rein, dann bist du weg, Junge. Sehr schöne Map, sehr schöne Map, kann man nichts sagen. Trotz, dass wir so einen, naja, sag ich jetzt noch so einen kleinen Panzer hatten, haben wir ganz schön gut gestanden, ne? Ja, genau. Mach mal hier im Battlefield, Alter. Mach mal, mach mal im Battlefield, genau. Und da kommt er und zack, gleich ist er weg. Oh, da hat er einen richtig schönen Durchschlag kassiert, wie ihr seht. Oder hat er von hinten einen gekriegt? Oh, von hinten hat er einen gekriegt. Ui, das war's. M3, ach du Scheiße, was will er denn damit reißen? Da kommt es doch nicht mal so Seite durch. Hm. Loll. Äh, grad wirklich? Das war nur ein Flakpanzer, na gut, okay, alles klar. Schieß in die untere Wanne! Jawoll! Machst sie alle! Okay. 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 Alter, egal. Ja, nee, ist klar, Alter. Alter, der lebt doch noch, oder was? Der dritt! Ja, nee, ist klar, Alter. Was von Lucky Punch ist das denn? Nice, Alter, nice. Einfach nur krasse Shit. Holy fucking moly, Alter. Bis zum nächsten Mal. Euer Remco auf Remco.lp. Da könnt ihr uns nochmal angucken hier, so, zack, 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 zack. Wir haben ja auch geschafft, Ränge haben keine Bedeutung. Na, wir haben uns auch recht gut geschlagen, fand ich so, ne? Also so, ne? Dritter Platz. Die Briten können sich sehen lassen, da kann man, ne? Kann man nichts sagen, so. Bis zum nächsten Mal. Euer Remco auf Remco.lp. Tschau, tschau. Tschau, 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 tsch